Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Ja, heute wieder mal ein paar Videos. League of Legends ist oben und ein weiterer Part kommt heute Nachmittag. Und heute Abend kommt vielleicht noch ein Part von meinem neuen Let's Play. Und bitte flame nicht wegen Samt, das kommt auch noch, wenn ich dazu komme, das heute noch so aufzunehmen. Und ja, genau. Dann zwei Themen, und zwar hier stand mal als geplantes Projekt Test Drive Unlimited 2. Das werde ich nicht let's playen, ich werde Shift 2 einleashed let's playen. Ich habe mir das heute gekauft zu einem Spottpreis und ist doch ein Hammer Game. Also Shift 1 habe ich ein Let's Play davon gesehen, finde ich ganz cool. Und habe ich mir mal gedacht, ja, holst du dir das Shift 2 und ich habe ein Lenkrad, wird sicher episch. Wett let's playen werde ich nachher direkt mal aufnehmen in der Runde. Und ja, mit Lenkrad natürlich. Genau. Dann war es jetzt mal zu den Projekten, noch ein kurzer Vermerk zum Infovideo. Und zwar, wie ihr seht, trennen uns nur noch 7 Abonnenten von den 100 Abos. Und deshalb geht doch nochmal zum Infovideo und votet für das Special. Also, entweder für die Zimmerführung oder für League of Legends. Wenn es euch egal ist, dann lasst es. Aber es wäre doch ganz cool, wenn ihr da voten könntet, damit wir wirklich das Abo-Special haben, was ihr wirklich wollt. Das Special, was jetzt hier nicht gevotet wird, wird als 200 Abonnenten-Special genommen. Und ja, gut, das war es eigentlich auch direkt schon. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und haut rein. Tschö. Tschö. Tschö.